Dieses Mädchen aus Amerika, die Neue, die wird in dieses Zimmer ziehen. Das ist doch bestimmt so eine ganz brave. Wetten, dass die noch ungeküsst rumläuft? Ich wüsste ja gerne, ob die in Amerika ein anderes Liebesleben hat. Berühren des Produkts, oberhalb der Taille 10 Franken, unterhalb der Taille 11 Franken. Das ist Prostitution. Das will ich ja. Sie sollen denken, wir sind Prostituierte. Dann meinen Sie wenigstens, wir hätten jede Menge Erfahrung. Das ist das tollste Angebot, von dem ich je gehört habe, Männer. Hör du doch auf mit deinem kleinen Busen. Ich glaube, du bist blind. Ich habe mehr als du. Du, was wollen wir wetten? Komm zu dem alten Bootshaus. Um 11 Uhr, okay? Es ist sicher nicht recht, sie mit meinen Problemen zu belasten. In zwei Stunden wirst du singen vor lauter Glück. Du wirst jubeln wie eine Lerche. Und du wirst eine richtige Frau sein. Ja. Was möchten Sie denn? Ich will alles. Ausgerechnet. Wir sind aufgeschlossene junge Mädchen, die auf Grund von Training und Erziehung unnatürlich hohe Reserven besitzen. Das glaube ich einfach nicht. Hau mir ein paar runter, Carlos, damit ich weiß, dass ich nicht träume. Das ist der absolute Höhepunkt. Das geht wirklich nicht. Oh, es war mein verdient. Nein, meine. Jetzt aber an. Nein, meine Augen.